Tja, dann setzen wir mal den guten Olaf zusammen, wa? Mhm. Alles klar. Keine Ahnung. Okay. Ah, jetzt fängt das an. Hey, I'm over this way. That sounds like Olaf. Ah, jetzt gibt Donald immer so tolle Kommentare von sich. Hm, hm, hm. Would I call this cozy or snug? Hm, I'm gonna go with snug. I can hear you. You're getting closer. They must be nearby. Hä? Moment, ich höre. Hö? Hö? Oh, Gott. Oh, Gott. Gott, ja, Olaf. Warte mal, da kann ich ihn auch nicht rein kloppen, ne? Das heißt, ich muss die Teile hier hin tun. Ich muss die Teile hier hin. Ich muss die Teile hier hin. Oh, ich muss die Teile hier hin. Ich muss die Teile hier hin? Oh, ich muss die Teile hier hin. Ich muss die Teile von Eis. Vielleicht. Hör mal, die kleine Schneeblossomchen, die auf dem. Hör auf dem. Okay. ja ich mache ja schon alles gut wow Murat mich verarscht nein Sven und Christoph hassen dich Olaf wo denn was hello is anybody there they can't have gone too far what the fuck okay getting this is a does the whole robes doing somersaults Hä? What? Er kommt da aber nicht durch. Warte mal. Hä? Jetzt fängt das wieder an, ey. Ja, ich wusste es. Das sagt Donald jetzt mindestens 15.000 Mal. Mindestens. Seht ihr? Ich wusste es. Oh Mann. Lass mich jetzt bloß schnell Olaf finden. Olaf braucht ein Bate. Vielleicht hat er sich durch ein bisschen Mühle. Vielleicht. Oh Mann. Das ist so schlecht, Olaf. Hä? Verdammt, ich habe etwas Falsches gefunden. Es ist kalt, aber ich kann definitiv seine Vorschung hören. Ich glaube, ich muss da oben lang. Ja, ha. Das ist schon gut, Olaf. Ich bin hierher. Das könnte, Olaf sein. Es gibt nur eine Art, um es zu finden. Sven? Christoph? Olaf? Wo bist du? Is this him? Well, it's the right shape. But we can't. I'm over here. That sounds like Olaf. Oh. Oh. Nicht dein fucking Ernst. This might be Olaf. I'll be here. There's only one way to find out. Hey, I'm over this way. It's quiet, but I can definitely hear his voice. Uff. Damn it. Ich habe ja gleich gesagt, das wird nervend. La 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 la. La 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 la. It's quiet, but I can definitely hear his voice. Schlimme ist, ich kann die Stimme nicht ausmachen. Crystal? Wo die halt genau herkommt. Das ist das Schlimme. Hey, I'm over this way. Oh, Donalds Gequatsche ist nicht hilfreich. Es nervt mich. Ich bin schlimmig. Ich bin schlimmig. Uff. Oh, okay. Get it this. Huh? 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 The whole world is doing somersaults. Huh? Huh? Wenn die Welt Purzelbäume schlägt, ist er das doch. Oh hey, hey. Huh? Nö. Er ist ja nicht. Can you hear me? Hello. It's quiet, but I can definitely hear his voice. es wird nicht besser wenn du es tausendmal wiederholen es tut mir leid aber meine fresse er ist halt auch in diesem verkackten areal oh man diese falschen olaf viecher nein macht es nicht besser es macht es wirklich nicht besser ja aber wo kommt da nicht vorbei ne unmöglich was labert die klappe olaf ist er auch ein falscher eigentlich ist er da um hey this is olaf body Was? Zora? What? Was laberst du da, mein Freund? Hä? Ernsthaft? Ich hab jetzt nur seinen Kack rum? Zora? Kannst du mich hören? Hallo! Es ist kalt, aber ich kann definitiv seine Beine hören. Ich war doch da oben, ne? Das Spiel will doch bestimmt, dass ich da nochmal hochgehe. Wir können nicht nur Olaf in Pfeifen lassen. Moment. Zora? Frag mich zwar ernsthaft, was der da oben gemacht hat, aber okay. Hey, I'm over this way. It's quiet, but I can definitely hear his voice. Hm, dumm ich auch. This might be Olaf. I'll be here. There's only one way to find out. I'm over here. That sounds like Olaf. Is this him? Well, it's the right shape. But we can't. I can definitely hear his voice. Hey, I'm over this way. It's quiet, but I can definitely hear his voice. Sven? Kristoff? Hey, this is Olaf's body. Okay. Okay, die Teile bleiben halt immer da stehen, okay. Okay. I can definitely hear his voice. It's okay. I'm having fun just waiting. It can't have gone too far. Hm. Hm. I think you're gonna find me. They must be nearby. Yeah, but where? Wow. The inside of snow looks so much like the outside. Hm. Hm. Teller was so ein Unfil. Sven? Kristoff? That sounds great. Oh yeah. This might be Olaf. It might be. There's only one way to find out. I'm sorry. But I can definitely hear his voice. Sven? Kristoff? That sounds like Olaf. This might be Olaf. It might be Olaf. It might be Olaf. It might be. There's only one way to find out. It might be Olaf. It might be Olaf. I'm over here. It's quiet. But I can definitely hear his voice. Sven? Kristoff? You? Olaf? Hey, I'm over this way. We're not friends, Sven, Olaf! Woah. The inside of snow looks so much like the outside. Ist doch nicht dein scheiß Ernst. Hä? I'm ready to be found now. Oh, woah. Where are you? It's okay. I'm having fun just waiting. Irgendwie drehe ich mich hier wirklich im Kreis. It's quiet. But I can definitely hear his voice. La 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 la. Nein. That sounds sad Olaf. Sven? Kristoff? Yeah, quiet. You can definitely hear his voice. Damn it. Hello? Is anybody there? Where does he go? Sind die vielleicht hier in der Nähe? Hey! I'm over this way. That sounds like Olaf. Die stehen hier rum, ne? Kind of buried over here. How about some help? Olaf war viel kleiner als das Teil. Wow. Wow. The inside of Snow looks so much like the outside. Yeah. It's really fast from a river. That lava macht so einfach Bullshit. Hi, Zora. Hey, Olaf. There you are. I was starting to think nobody would ever come along and find me. Well, I'm glad we did. So. Like I might have seen Olaf's legs lagging it. Meine Güte. Hey. We must have startled them. I caught them. Great job, Zora. Think that's all of them? Orna'll know what to do next. Wait. Why does everybody look all wobbly? It's not us, Olaf. You're about to tip over. Huh? Oh no! Yeah, I kind of figured that was wrong. You sure you never slid past my body? Ever? Huh? I'd help, but I'm feeling a little broken up right now. Let's hurry up and find Olaf's parts. Okay. Where did he go? What? Ich hatte doch seinen rum. It is kind of hard to spot him and all this snow. Hä? Ich hatte doch seinen rum. Oh no! Oh no! You sure you never slid past my body? Ever? They can't have gone too far. Weit kann er nicht sein, okay? Where did he go? You? Olaf needs a bath. Maybe he rolled himself through a puddle of mud. Maybe. Think that's all of him? Yep. Orna'll know what to do next. Oh, look how golden brown I am. I've always wanted to get a summer tan. Olaf, I've got some bad news. Kristoff, don't spoil it for him. Well, snow is supposed to be white. Oh man, nicht dein scheiß Ernst, Olaf.